Angenehme 20 Grad locken in Erding die Menschen auf die Plätze und in die Cafés. Der September endet, wie er anfing, mit Sonne und Wärme. Ein Monat der Superlative. Der BR-Wetterexperte bestätigt, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist der aktuelle September, hier als Stern markiert, der wärmste überhaupt. Das war ein außergewöhnlicher September, der wärmste seit mindestens 1881. Und das liegt einmal daran, dass wir immer wieder Hochdruckwetterlagen gehabt haben. Und zudem oft Zufuhr von subtropischen Luftmassen, entweder aus Spanien oder aus Italien oder im westlichen Mittelmeerraum. Dazu war es der zweit sonnenreichste und einer der trockensten September seit 142 Jahren. Dahinter steckt der Klimawandel, sind sich Meteorologen sicher. Das warme Wetter freut nicht nur Tagesausflügler, sondern auch Gastwirte und die Münchner Wiesenwirte. Aber auch Besitzer von Photovoltaikanlagen. Eine außergewöhnliche Hochdruckwetterlage, die im Juli oder August schlimmer gewesen wäre. Wenn diese Wetterlage im Hochsommer aufgetreten wäre, dann hätten wir nicht 25 bis 30 Grad gehabt, wie jetzt im September, sondern 33 bis 38, vielleicht sogar 40 Grad. Das hätte bedeutet, dass der Boden viel schneller ausgetrocknet wäre, als jetzt im September passiert ist. Und wir hätten Probleme, vor allen Dingen in der Landwirtschaft, durch die Dürre. Das Bilderbuchwetter geht vorerst weiter. Auch der Oktober startet mit viel Sonnenschein und bis zu 27 Grad Anfang der Woche.